Hier bei dem Projekt muss man wirklich sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen unseren Kollegen von Feralpi Stahl und auch Danieli besonders gut gelaufen ist. An dem Projekt waren schon sehr viele Leute beteiligt. Selbst bei Feralpi Stahl haben sich mehr als 70, 80 Personen mit diesem Projekt beschäftigt. Dazu kommen alle Kollegen von Danieli. Und natürlich alle Firmen, die an dem Projekt gearbeitet haben, und da sind auf jeden Fall mehrere hundert Personen, die an dem Bau, in Betriebnahme, Vorbereitung, Planung, auch gearbeitet haben. Il lavoro di Squadra è fondamentale in un progetto del genere. Sicuramente una delle sfide è stata quella della comunicazione. Avere una buona relazione, avere dei buoni rapporti umani è essenziale la finalità del progetto, se non non vai avanti. Wir sprechen hier über ein sehr komplexes Projekt. Es ist nicht so, dass der Lieferant, heißt hier Danieli, kommt, die Anlage installiert und schlüsselfertig an uns abgibt. Danach produzieren wir einfach. In tutti i progetti, se non c'è collaborazione, non arrivi al target finale, che è un target comune. L'aiuto da parte di Feralpi è stato soddisfacente e ha contribuito molto alla buona riuscita dei montaggi e degli avviamenti. Auch die schwierigen Momente, die man hier hatte, konnten immer gemeinsam gemeistert werden. Si, sono molto content. L'aiuto da parte di Feralpi è stato soddisfacente e di un'altra parte di Feralpi è stato soddisfacente. L'aiuto da 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 parte di Feralpi è stato soddisfacente.